Unterholzern, Südwesten, Westhälfte eben genauso wie das hier. Das ist auch schon ein Krader, das ist schon ein Krader. Und hier sind wir eben sonnig und kapselig. Sommer, die waren hochgegangen. Und der morgen glaube ich Traumtag, die ist früher in Deutschland. Abliefer in der Mitte gibt es einen Streifen. Und ein paar mehr Leute, das ist ein Malchen getrocknet. Und dann kamen wir auch erst mal für 30 Grad. Jetzt mal kamen wir leider an. Danke! Wir schauen uns gerade wieder. Bitte! Dann Äh... Dann äh... Wir sind jetzt zum ersten, den letzten, den letzten, das ist ein Stadtplan. Dann kann man sagen, dass wir heute schon wieder gehen. Dann, äh... Dann, äh...